Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einer Runde Skywars und das Ganze wieder alleine. Und in diesem Video wollte ich ein bisschen über meinen Upload-Plan sprechen. Leute, ich habe diesmal nicht WhatsApp-Web geöffnet, also werdet ihr keine Nachrichten hören, außer von meinem Handy, weil ich das gerade noch nicht auf Stumm habe. Übrigens ist mir aufgefallen, dass ich Mauntano Skywars bringe. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob es euch stört, wenn ich nur Skywars aufnehme, weil ich finde, Skywars macht Mauntano mit am meisten Bock. Aber klar, ich kann auch mal wieder Endergames spielen. Ich weiß, dass einige von euch auch sehr gerne gucken. Ich frage mich, ob eines, was jetzt echt so gut ankommt bei euch oder ob das jetzt so Zufall war, dass genau das Video allen empfohlen wurde. Warum? Ich hatte auch viel bessere Rüstung, Leute. Ich bin jetzt erstmal die nächste Runde gescheint. Also Leute, falls euch eins ist, eins ist echt interessiert, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Und ich kann einfach mal eine Abstimmung machen, was ihr am liebsten sehen wollt. Ob das jetzt eins ist, Endergames oder Skywars? Meinetwegen kann ich noch QSG-SG dazu machen. Wobei ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch spielen kann, dass es überhaupt noch spielbar ist. Ich habe es so lange nicht mehr gespielt. Ich hatte es früher ja nur aufgenommen. Es werde eigentlich nur gespielt, weil Endergames schon. Ähm, QSG mit am geilsten war damals noch. Ja, stimmt einfach mal ab und dann könnt ihr ja sagen, worauf ihr Bock habt. Boah, ich schreibe einfach in den Kommentar, wie ihr wollt. Ja, übrigens meine Aufnahmeeinstellungen. Ähm, ich habe ja wie gesagt die Einstellungen von Jurena. Wenn das jetzt nicht die besten Aufnahmeeinstellungen sind momentan, dann tut es mir auf jeden Fall leid. Aber ich bin froh, dass ich jetzt erstmal überhaupt Einstellungen habe. Und Jurena meinte, dass ihr PC sowieso nicht der beste ist und dass sie auch eine scheiß Internetleitung hat. Und deshalb dachte ich so, ja, okay, dann passt das ja ungefähr. Ich werde sie wohl dafür gute Einstellungen haben. Und ja, deshalb habe ich die jetzt erstmal. Und so kann ich ja sonst noch was ändern oder was weiß ich. Ich kenne mich da halt selbst noch nicht mehr aus. Vielleicht hat ja irgendjemand irgendwann noch bessere Einstellungen. Aber wie gesagt, bin ich erstmal froh. Oh, scheiße, der ist doch hier Hunde, ne? Bin ich erstmal froh, dass ich überhaupt Einstellungen habe. Weil, ohne Witz, das macht mich gerade so froh einfach. Weil, jetzt bin ich nicht mehr so schlecht gelaunt und kann einfach so aufnehmen. Muss mir nicht so tausend Gedanken machen. Ist einfach so viel geiler. Oh, Leute, der lässt mich schon direkt in Ruhe. Okay, wir essen erstmal was und dann mischen wir uns einfach mal im Kampf mit ein. Okay, wir kürzen einfach mal ein bisschen ab. Oh, er ist am Weg. Vor allem auch gut, dass ich die Goldäpfel und so. Ich hatte auch Gold... Da ist ein Goldäpfel. Okay, ich hatte einfach nicht mal unten in der Hotbar. Ja, moin. Und der hat jetzt auch einen gegessen. Geil. Auf jeden Fall, ich rede jetzt einfach mal über den Uploadplan. Und zwar habe ich das jetzt so geplant, dass zwei Tage auf jeden Fall feste Videos kommen. Und so an einem Tag kann ich mir das halt immer so aussuchen, ob ich Zeit habe und ob ich Lust und ein Thema habe. Weil, keine Ahnung, drei Videos ist dann schon viel, wenn man auch noch Schule hat und sowas alles. Oh mein Gott. Leute, ich habe mich einfach direkt da reingeworfen. Als ob er sich jetzt rüberschwitzt. Der Arme. Okay, das ist der letzte Spieler. Oha. Bitte. Und Leute, ich habe den einfach, oder? Oder hat er noch eine Enderpelle geschafft zu werfen? Okay, sieht nicht so aus. GG. Leute, das war echt so eine richtig komische Runde. Okay, wir sind jetzt auf der Map Village. Und ich weiß gar nicht, ob das bei der Runde belassen werde. Ähm, was kann ich noch sagen? Achja. Also, ich habe mir jetzt vorgenommen, am Dienstag ein Video hochzuladen. Dann so gegen 19.30 Uhr. Ja, und bei Donnerstag habe ich mir vorgenommen, dass ich das dann selbst entscheide, ob ich dann Lust und Zeit habe. Und Leute, schreibt mir mal unbedingt Themen in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass Videos kommen. Weil mir gehen langsam die Themen aus. Und ich weiß halt auch nicht genau, was euch so interessiert. Und deshalb wäre es ganz praktisch, wenn ihr welche in die Kommentare schreiben würdet. Und dann habe ich noch vor, samstags morgens ein Video hochzuladen. So gegen 10 Uhr. Weil ich glaube, wenn ich einen vernünftigen Uploadplan habe. Ich habe ja sonst auch versucht, mich daran zu halten. Dann halt so am Mittwoch und Sonntag. Aber da lädt einfach jeder hoch. Und keine Ahnung, was soll ich dann auch noch dann was hochladen? Denn, keine Ahnung, das fand ich ein bisschen unnötig. Weil einfach so viele Leute dann was hochladen. Und dann dachte ich so, ja, okay, nee, dann kann ich auch an einem anderen Tag halt was hochladen. Ja, deshalb habe ich mich jetzt im Endeffekt auch für Dienstag und Samstag entschieden. Weil ich halt noch gerne einen Wochenendtag haben wollte, wenn ich das morgens hochladen kann. Und dann halt so genug Tage davor, dass halt noch ein guter Abstand zwischen ist. Und dass ich dann theoretisch, wenn ich Bock hätte, auch noch so zwischendurch eins hochladen kann. Dann halt so ein kleines Video. Ich habe auch momentan ein paar Infovideos hochgeladen. Weil ich habe dann auch keinen Bock, das dann für ein richtiges Video zu verschwenden. Also wenn eigentlich ein richtiges Video kommen würde, das dafür dann zu verschwenden, ein Infovideo hochzuladen. Also am Dienstag ungefähr 19.30 Uhr. Wenn Donnerstag ein Video kommen sollte, auch 19.30 Uhr. Und am Samstag ungefähr 10 Uhr. Kannst ja auch mal, ich weiß gar nicht, einige haben das auch in ihrer Kanal-Info stehen, oder? Wobei, ich würde da eh nur Pizza stehen. Also wäre es dumm, wenn ich das da noch reinschreiben würde, weil es eben ein bisschen stumpf aussehen würde. Oh mein Gott, Leute. Irgendwie hat das gerade, glaube ich, ein bisschen gelegt oder so, oder? Das war gerade richtig komisch. Weil er stand da noch so, ich wollte mich so anschleichen. Puh. Und ihn dann so runterkicken, weil er gerade seine Sachen aussortiert hat. Aber auf einmal schon da hinter mir. Okay Leute, das ist jetzt aber wirklich die letzte Runde auf der Map Western. Und ja, dann nehme ich gleich noch ein Video auf. Ich bin heute mal richtig produktiv. Also wundert euch auch nicht, wenn ich manchmal das selbe Outfit an habe. Also irgendwann wird das sich sowieso helfen. Aber falls ihr euch fragt, warum ich drei Aufnahmen oder zwei Aufnahmen dasselbe Outfit hintereinander an habe, dann liegt das jetzt wahrscheinlich daran, dass ich das noch am selben Tag aufgenommen habe. Gut, dass ich meine Blöcke erstmal wegwerfe, obwohl ich schon so wenige habe. Und dann noch drei Sekunden Schutzzeit. Ich kann gerade nicht einschätzen, wer mehr Leben hat. Leute, er hat einfach Soups gehabt. Okay Leute, können wir erstmal soupen, weil ich das so gut kann. Und ich brauche erstmal Essen. Ich hasse das so im Müll zu stehen, weil ich kann sein Inventar gar nicht richtig aussortieren. Ich hasse das, ein volles Inventar zu haben. Und ich habe auch richtig Kackrüstung. Kann ich mir irgendwie bessere machen? Ja, wo sind die jetzt alle? Hier da oben ist auf jeden Fall einer. Oh mein Gott, ich bin einfach mit runter gesprungen. Der hat einfach diese hässliche Foto gehabt, ne? Ich nehme mir die jetzt schnell. Ist hier irgendwo einer in der Nähe? Nicht, dass ich gleich wieder irgendwie von hinten getötet werde. Ich brauche dringend bessere Rüstung, Leute. Aber der hat noch einen Sprungkraftdrang gehabt. Es bockt immer richtig, den zu benutzen. Leute, ich wusste es. Ich wusste es. Bitte, bitte. Alter, ich bin so kacke. Okay, Leute. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich jetzt überhaupt irgendeine Runde gewonnen habe. Ich glaube nicht. Aber egal. Es ging eigentlich eher um das, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall erwähne ich, dass ihr euch trotzdem gefallen habt. Lasst eine positive Bewertung da. Bis nächstes Mal. Haut rein und ciao.